Tja, Freunde, wir stehen noch immer wieder vor der großen Frage, macht Apex Legends eigentlich noch Spaß? Und ja, es gibt natürlich einfach die Momente, wo es einfach extrem Spaß macht. Ich habe hier einfach zwei richtig, zwei richtig geile Gameplays gedroppt. Einmal mit 15 Kills, einmal mit 10 Kills und dennoch waren es richtig gute Spieler in der Lobby. Das sind so die Momente, wo ich einfach richtig Spaß in Apex hatte. Nicht nur, weil ich gewonnen hatte, sondern weil einfach dieses ganze Spielerlebnis, diese ganze Spielflage einfach richtig geil war. Mit den Jungs zusammen einfach mal rein auf Booster, gut tryen in Publix. Das hat einfach wirklich Spaß gemacht, wirklich. Die Wiese war immer reingepusht, wir haben nicht ekelhaft irgendwie taktisch gespielt. Wir wollten einfach nur Kills machen, wir wollten einfach nur reingehen, wir wollten einfach nur ein bisschen Spaß haben. Und Freunde, genau das hatten wir. Und das ist das, was uns, glaube ich, heute noch alle an Apex so hält. Ist einfach, dass, wenn das Spiel läuft, ist es halt richtig und zwar richtig geil. Jeder Kill ist hundertmal Satisfyinger als bei irgendwelchen Kills bei Warzone, wo du auszusehen auf den Gegner raufschießt und dir sofort tot ist. Bei Apex musst du einfach richtig Spiel beweisen, da musst du richtig lange drauf bleiben. Und das ist halt einfach richtig geil. Ich kann euch jetzt sagen, diese beiden Runden waren wirklich richtig geil. Aber nächsten Tag habe ich gestreamt und viele von euch haben es noch auf Twitch gesehen. Ungelogen. Es waren einfach die aller, aller, aller schlimmsten Gegner, die man sich vorstellen konnte. Wir hatten durchweg 30, 40, 50, 60.000 Killraves und Mirages. Wir hatten durchgehend Predator-Spieler in unseren Gottverdammten Public-Globbies. Ich habe mit Marcel gezockt. Marcel ist, glaube ich, Level 200. Hat insgesamt vielleicht 100 Stunden in Apex. Spielt das Spiel super selten. Und wir haben wirklich die schlimmsten Gegner bekommen wegen meinem Matchmaking-System. Es war absolut insane. Und dabei sieht man halt wieder, wie krass das SBMM funktioniert. Du hast gute Runden. Okay, dann wirst du einfach komplett. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber nichtsdestotrotz waren die beiden Runden einfach richtig geil. Es hat mal wieder richtig Spaß, mal mit den Budis reinzugehen. Und Freunde, der Sound war richtig verkackt, weil ich habe ein neues Mikrofon. Das probiere ich gerade aus. Und das habe ich irgendwie falsch eingestellt. Von daher, ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Aber die Runden waren dafür umso besser. Ey, lasst auf jeden Fall ein Abonnement da. Wer Bock auf Livestreams hat, unten ist der Tüttchen im Flink. Ich halte die Schnauze. Ich wünsche euch richtig viel Spaß beim Video. Eine Nocte. Er hat einfach einen scheiß Lila-Schön. Mit Karp. Ich weiß, wenn du meinst. Ist der Apex Pro? Bei mir kommt man hier Octane. Wird nichts mehr. Hier ist ein Oct. Den Octane habe ich gesehen, aber ich muss mich leider hierhin. Nein. Was ist der Octane? Ach, krieg's da. Vielleicht vor mir ist er. Vielleicht vor mir. Exakt vor mir. Und... Ich habe nicht einen Schuss getroffen. Soll mich gerade jemand? Äh, wir sehen nichts. Wir sind weiter hinten. Ich glaube, es könnten sogar vier Teams fighten. Ich habe keinen Lock da, aber jetzt. Oh mein Gott. Drei Leute wirklich vor mir. Ich habe einen Cracked. Der eine hat ein rotes Schild. Ich habe ihn Cracked mit dem roten Schild. Lock deiner. Finish deiner. Oh mein Gott. Das sind wirklich viele Teams. Ihr seid mal ein bisschen vorsichtig. Ganz gut. Gino zurück. Sofort. Komm mal hier. Ja, krass hier. Marcel, hinter dir könnt ihr auch gleich weit sein. Komm mal, komm mal bitte zu uns zurück. Ganz kurz. Scheiß mal auf die. Pass uns mal links rein. Kommen wir zu mir? Cracked. Bitte? Jawohl. Schwachste, Digga. Das ist der letzte. Der ist ein Pfeffer, der ist Cracked. Wir müssen hier fighten, weil hier haben wir ein bisschen Schutz vor rechts. Unter uns hier, Bren. Ja. Knock. Der geht so ein bisschen in die Muni aus, leichter. Wir müssen jetzt irgendjemanden killen. Du hast ihn noch gekillt, war. Der ist knock. Also zwei. Pass auf, rein, 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 da. Einer knocked, einer knocked. Beide tot. Hier ist der Pathy. Pathy habe ich die Hälfte abgezogen. Von links nochmal. Ah, ah, das ist der Pathy wieder. 136 für irgendjemand? Ich weiß nicht auf wen. Valkyrie oder Pathy. Da hinter, 136. Einen, einen, einen knock. Einen knock, einen knock. Wunderbar, das war dann wohl der gewesen. Der Pathy hat, der hat nix mehr. Der hat nix mehr. Team da oben. Ja, ja, ja. Guck mal, die sind oben alleine. Die können wir jetzt pushen. So, und da wurde er weggelasert. Zack. Da ist er raus, Junge. Du, du bist jetzt hier raus. Der ist auch weg. Der andere Booty war hier. Der andere Booty hat's verkackt. Weil der andere Booty ist so ein Typ wie du, Junge, der den ungewöhnlichen Wege nimmt, ohne uns abzusprechen. Und zack, schon sind die beiden tot. Mit dem richtigen Call gegeneinander einem anderen Team. Tja, Digga, ist so bitter, wenn man so jemand wie dir im Team hat. Warum werd ich denn hier grad drin? Das ist so ne Last, das glaubst du gar nicht. Du musst mich verarschen, wo ist er denn? So, danke. Bruch ich mein hartverdienter Kill, Digga. Vorsicht, aufpassen. Schau mal hier, Leute, komm mal da. Da, Leute. Die sind im Haus, im Haus, im Haus, im Haus. Im Haus? Einer ist im Haus, einer ist im Haus. Der, der ist krank, der ist nicht mehr. Auhundachtig, knockt, ist knockt, ist knockt, ist knockt. So. Die haben ihren Mate wieder geholt hinter uns. Ein, auch, ein, auch, ein, auch. Bin ich mal hier, den Fuse, bitte. Scheiß mal, stellst du dich hinter uns. Push da jetzt ran. Knockt tot, finished. Ich hab keine leichte Munition mehr. Zurück, 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 zurück. Ja, aber die Zone, die Zone, die macht Schaden. Die haut schon rein, Leute. Und hinter uns ist noch ein Team. Du hast keine leichte mehr? Ich hab gar keine leichte mehr. Hier, 60. 60. Hab ich das schon gedroppt? Ne, ich glaub ich ja. 1-1-2, Squad-Hills noch, und die sind halt auf jeden Fall da. Mach mal kurz hier das Package auf. Die sind blau, ne? Braver, ich nehm die mir mal. Boah, die hittet anders gut rein, Alter. 140 auf dem... Bangalow? Ja, ja. Weil, die ist jetzt reingedippt. Push der eine? Der eine Push, Digga. Wie kann man denn so blöd sein? Das hast du jetzt aber... Das hast du aber richtig verschissen, Dude. Auch cracked, auch cracked. Knockt. Warte mal, lass mir meinen letzten Kill, bitte. Lass mir den mal, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich wär super, super lieb von euch. Bitte lassen, bitte lassen. Gino, vor allen Dingen du. Ne, aber du bist immer so ein dummer Idiot, der das nicht kann. Weil Marcel so geschlauert ist, der kann das irgendwie. Dankeschön, Gino. Ich hab nur ein bisschen angeschüttelt. Wollte ich, dass du noch mal... Ne? Freunde, ihr wisst, was ich meine. Das ist dope, Boys. Das hätte... Das hätte... Eine 20er-Bomb werden können. Und das gegen solche Triads. Geil, less game, Alter. Wuh. Flatline hab ich gefühlt, Junge. Ja, neun Kills hat es sogar... Oh. Äh, Pelsi bei uns, Brian. Tatsächlich, er lügt nicht, Marcel, er lügt nicht. Er lügt nicht. Safe call. Einer von denen cracked die Horizon. Überfolgen mich krass. Ich bin safe, ich bin safe erstmal. Für einen kurzen Moment. Brauche ich da mal Hilfe? Äh, Horizon ist Gold. Ich bin gleich bei, ich brauche aber ein bisschen. Ja, hab halt volle, kann auch small bekommen. Hey, die hat nichts mehr. Der ist hier hinter, Marcel. Marcel, hier. Marcel, ich hab zwei noch, Marcel. Und die Horizon ist cracked. Ich hau hier alles ins, hat mir den nach. Ja, ist gar kein Problem. Alles gut, Digga. Alles gut. Let's go, Alter. Cracked. Hi. Der arme Brüge. Hier sind die anderen Brüge drinne? Mhm. Nein, ich weiß nicht. Leute, renn. Auch krasser, war ein krasser Triad gewesen. So auf die Tür gegangen, Ulti rauf. War guter, guter Spieler. Rechts hierher. Direkt vor mir. 149. 149. Und jetzt runter springt zu uns. Hab sie. Die Wengelor, tot. Ich hab so viele Steps gerade. Ganz entspannt. Hier, hierher. Habs euch markiert? 80? Ganz entspannt, ganz entspannt. Wir müssen nicht hochgehen. Genau, piek uns noch mal. Knock, knock, knock. Pieck uns noch mal. Da ist noch einer dahinter gewesen. Kommt hier runter, kommt hier runter. Feilt nicht egal. Also, wir feiten so ein bisschen immer. Und jetzt kommt ihr mit, bitte. Links von uns. Einer noch. Links. Die hat nichts mehr, die hat nichts mehr. Ich heu mich kurz. 54. Hab ihm ganz gut gegeben. So 50, 60. Ja, könnte sein, dass er alleine ist, ne? Und dann noch ein weiteres Team irgendwo. Man kann auch hier oben rauf, ne? Hier oben ist ganz geil. Einer ist blau, einer ist cracked rechts. Oh, der ist auch noch cracked. Knock, 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 knock. Knock. Wir können ran pushen, was ist gefährlich mit der Zip Braille. Oh, schöner. Huh. Beide down. Oh, mit einem Magazin. Das war mies. Na. Wo? Das ist alleine. Das ist vor mir. Das ist alleine.